Die Vorrunde des TNM steht endlich vor der Tür und fast alle haben ihre Runden abgegeben und ich kann euch versprechen, es wird ein herrliches Schlachtfest. Schon heute wird es nämlich losgehen. Wer es noch nicht weiß, die Vorrunde wird hauptsächlich auf dem Zeitkanal stattfinden. Dies hat den Grund, dass ich ausschließlich gute Runden auf dem Hauptkanal haben will, das heißt, wenn beide Parteien eine geile Runde abgegeben haben, wird diese auf dem Hauptkanal online kommen. Oder falls nur einer eingereicht hat und diese Runde ebenfalls sehr gut ist, kommt diese auch auf dem Hauptkanal online. Um auf den Zweitkanal zu kommen, klickt oben rechts auf das I. In der Beschreibung findet ihr die Playlist zu allen Vorrunden. Auf der Homepage werden wir auch die Tage eine Tabelle updaten, damit alles schön übersichtlich bleibt. Für die ganze Woche sind die Battles geplant. Diese kommen jede halbe Stunde ab einer bestimmten Uhrzeit online. Als Aufwärmung kommen heute die ersten 13 Battles und zwar Slimmed Up gegen Phantoms, Floppy gegen Kijera, Poingo gegen Hashtackel, Zepter gegen Leventan, Zachary gegen Whiskeykit und Ecstasy Edward, Young Goon gegen Younes87, Typho gegen Eseltankstelle, TSWA gegen Epanimi, Phil Wicken gegen Excus und Cero, Reka gegen Fanta Black, Phenom gegen Norope, Philio gegen Jalil und Lennart gegen Peter der Lungenkrebsler. Den gesamten Plan für die Vorrunde findet ihr in der Beschreibung. Dieser kann noch überarbeitet werden, aber dieser wird heute oder morgen vollständig ausgefüllt sein. Die Bewertungen für die Qualifikation findet ihr ebenfalls in der Beschreibung. Es gibt noch eine Handvoll Qualis, die noch keine Rückmeldung bekommen haben, aber ich werde mich so schnell es geht ransetzen und alles fertig machen. Nachdem alle Battles online sind, werden die Joran zugeteilt und es wird für ein bis eineinhalb Wochen Juryfrist geben. In der Zwischenzeit ist es möglich, Exklusives hochzuladen, aber darüber informiere ich jeden nochmal. Das wäre es soweit von mir. Ich danke an jeden, der eingereicht hat und ich wünsche euch ab 18 Uhr viel Spaß mit den Vorrunden. Vergesst nicht, auf unseren Discord vorbeizugucken für die neuesten Infos und den Zweitkanal zu abonnieren, auf dem die Vorrunden online kommen. Tyro out. Tyro out.